Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Serie Schacht der Großmeister der berühmten Sendung im WDR aus den 80er und 90er Jahren. Wir sind angekommen im Jahr 1995. Da haben gespielt. Jeroen Pickett aus den Niederlanden gegen Vichy Arnand. Beide gleicher Jahrgang 1969, 26, 27 Jahre alt hier. Ne, 25, 26 Jahre alt. Vichy damals einer der besten Spieler der Welt, Nummer 6 der Welt, hat ja auch 1995 gegen Garikas Barov um die WM gekämpft in der zweiten Jahreshälfte. Pickett ungefähr Nummer 35 der Welt, also auch absolute Weltklasse. Und da schauen wir uns jetzt ja an. Natürlich gibt es diese Partie auch auf YouTube zu sehen. Die Sendungen sind alle hochgeladen worden im Laufe der Zeit. Und da kann man sich nochmal die zwei Stunden wirklich auf YouTube geben mit den Großmeistern Helmut Pfleger und Vlastimil Hort, die das Ganze damals kommentiert haben. So, jetzt das Ganze hier nochmal für YouTube The Big Greek aufbereitet. Pickett beginnt hier mit D4. Springer F6, C4, E6, Springer F3, B6. Damenindische Verteidigung. War damals groß in Mode. Springer C3. Das ist jetzt so ein Hybrid zwischen Nimze und Damenindisch. Läufer B4, Springer C3. Springer C3. Hier ist gar nicht der Hauptzug, aber normaler Entwicklungszug. Kann man natürlich spielen. Läufer B4 fesselt hier den Springer, entwickelt den Läufer, bereitet die kurze Ruchade vor. Läufer G5 entwickelt den Läufer, fesselt den Springer auf F6. Gegenfesselung. Ich habe hier auf diesem Kanal schon mal eine Partie analysiert zwischen Yasser Serravan und Jan Timman. Hillware des Zoom 1990. Mit Dame B3. Ganz seltener Zug. Ich glaube, das war Happy Birthday Yasser, als er Geburtstag hatte. Läufer G5. Hauptzug hier. Läufer B7 entwickelt den Läufer. E3 macht den Platz für den Läufer. H6 greift den Läufer an. Läufer H4 geht zurück. Das hier ist eine sehr spannende Stellung. Inzwischen hat man herausgefunden, dass G5 hier ein starker Zug ist. Läufer G3 und hier Springer E4. Sehr konkret. Damit C2. Läufer C3, Bc3 und hier D6. Läufer D3. Und hier sehr interessant F5. Hier wurden schon sehr, sehr viele Partien gespielt mit dieser Variante. Das ist eine sehr spannende Stellung. Der Engine gefällt das ganz gut für Schwarz. Der Nachziehende hat hier ordentliches Gegenspiel schon. Also G5 hier. Starker Zug. Aber damals wurde auch C5 gespielt. Klar, die Theorie war nicht so fortgeschritten. C5 greift hier das Zentrum an. Normal wäre jetzt sowas wie Läufer D3. Einfach entwickeln. Hochhade vorbereiten. Aber Pickett spielt hier D schlicht C5. Nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich sogar fragwürdig. Stockfisch möchte im Jahr 2022 immer noch... 23 sind wir schon. Was rede ich denn da? G5 spielen. Läufer G3, Springer E4. Immer noch hier diese Geschichte. Und dann auf C5 nehmen irgendwann. Oder sagt, pass auf, du kannst sogar auf B6 nehmen, wenn du willst. Hier sieht... Die Engine schon vorteil für Schwarz. Interessanterweise. Gut. Vichy nahm aber mit dem Läufer raus hier auf C5. Läufer D3. Jetzt könnte man sich weiterentwickeln mit Springer C6. Aber er spielt Läufer E7. Sehr interessant. Geht es rund um den Läufer. Entfesselt hier den Springer. Sehr interessant. Hochhade, Hochhade. Normale Züge. Turm C1. Auch ein normaler Zug. Jetzt geht es darum, diesen Springer auf B8 zu entwickeln. Springer A6. Gefällt mir. Der Springer wird nicht ins Zentrum entwickelt, wie üblich, sondern über den Rand. Der Springer geht aber nach C5 hier mit Tempo. Greift er den Läufer an. Weiß zieht freiwillig den Läufer zurück. Läufer B1, weil er sowieso angegriffen wird. Springer C5. Springer D4. Zentralisiert den Springer. Springer F E4. Greift den Läufer auf A4 an. Zentralisiert einen Springer. Läufer E7. Dame E7. Springer E4. Läufer E4. Läufer E4. Springer E4. Super viel getauscht. Drei Leichtfiguren schon vom Brett. Dame C2. Ist das jetzt eine ganz langweilige Partie? Es gab ja bei Schacht der Großmeister auch in den 80ern so ein paar Partien, die eher so zum Einschlafen waren. Zu später Stunde damals beim WDR ganz passend. Aber hier passiert noch was. Keine Sorge. Springer F6. Turm FD1. Turm FC8. So weiß hat ein bisschen Raumvorteil durch den Bauern auf C4 hier, aber das ist unbedeutend, weil so viele Figuren getauscht wurden. Der Turm steht hier gut auf der C-Linie. Beiß geht mit der Dame direkt weg aus der Gegenüberstellung mit dem Turm. Ganz typisch. Starke Großmeister lassen Damen nicht auf der gleichen Linie stehen, wenn dort ein Turm steht. Gegnerischer Turm. A6 deckt dieses Feld hier. Dame B3 geht zurück, greift B6 an. Dame C5. Die Partie plätschert so ein bisschen daher. Aber jetzt kommt noch eine kleine Ungenauigkeit von Weiß. Dame C5 fesselt so ein bisschen hier den C-Bauern. Und Pickett musste sich jetzt entscheiden. Macht er hier Turm C2, deckt er den Turm. Dann ist B5 nicht möglich, weil da nehmen wir natürlich weg. Das ist natürlich Quatsch, weil der Turm gedeckt ist. Aber der Niederländer spielte H3, macht ein Luftloch und lässt dieses B5 zu. Und jetzt transformiert die Stellung eindeutig. C schlicht B5, Dame C1. Schwarz gibt die Dame für zwei Türme. Turm C1, Turm C1, Schach, König A2. A schlicht B5. Auf den ersten Blick sieht das gut aus für Weiß. Aber es gibt hier große Probleme, erstaunlicherweise. Praktische. Das Beste wäre jetzt hier A3, damit der Turm den H2 nicht mehr angreift. Und danach eventuell auch B5 nehmen. Turm A, C8, Dame B5, Turm B1. Idee ist hier nach C1 rein und den Weißen König angreifen. Und Schwarz hat genug Gegenspiel. A4, Turm rein nach C1, Dame B7. ED5, blockt die Dame. F3, verhindert Springer E4. Aber Schach, König G3, Springer A5, König F2. Und die Stellung ist angeblich ausgeglichen. Finde die gar nicht so leicht, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie sieht das so aus, als ob beide Chancen hier noch, also beide Seiten hier noch eine Chance hätten zu gewinnen. Schwarz hat hier Angriff gegen den Weißen König, aber Weiß hat hier einen gefährlichen Freibau. Aber die Engine sagt wie so häufig 0, 0, 0. A3 wäre gut gewesen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch kurz geguckt hier, was ist mit Springer B5? Was ist mit dem? Springer E4 wahrscheinlich, mit der Idee Springer schlicht F2. Auch Springer D6 ist in der Pipeline. Nee, Springer D6 nicht, der ist ja nicht gefesselt. F3. Und hier Springer D2. Uiuiuiui. Okay, okay. Das gewinnt sogar. Ja, Springer E4 mit riesen Gegenspiel. Okay, es kam F3 sofort, verhindert Springer E4. B4, starker Zug. Lenkt die Weiße Dame ab. Schwarz sagt, nimm du mal den Bauern hier weg. Und dann kommt Turm A2 und dann Turm A1 hier. Und Schwarz aktiviert die Türme wieder auf der Grundreihe. Sehr gefährlich. Deswegen nimmt Pickett hier nicht raus. Er spielt E4. Ein weiterer Fehler. Und hier könnte Schwarz schon gewinnen mit D5. Das Zentrum attackieren. Hier habe ich mal so ein bisschen rumgespielt mit, also E, D5, Springer. D5 sieht es fürchterlich aus, weil der Springer zu stark ist auf D5. Danach wird Schwarz die Türme auf der Grundreihe verdoppeln. E5, Springer H5. Auch sehr unangenehm, weil der Weiße König hier eingesperrt wird. Ein G4, Springer F4 kommt nicht in Betracht. G3, um Springer F4 zu verhindern vielleicht. Aber Turm C4, Dame D1 und Turm schlicht A2. Und schon ist es zappenduster hier für Weiß. Alles hängt. Schwarz ist super aktiv. Stattdessen kam hier Turm A1. Greift den A2 an. Aber hier kann sich Weiß noch ein bisschen retten. Dame B4. Turm 1 schlicht A2. H4. Ist okay. Turm 2 A4. Dame C3 deckt den Springer. Turm B8. B3. Turm A2. Ui. Hier fühlt sich der Turm natürlich pudelwohl auf der zweiten Reihe. B4. Aber Weiß hat einen gefährlichen Bauern. Turm B8. B5. Turm F2. Es droht ganz stark hier Turm 8 A2. Das lässt sich nur verhindern mit Springer C2. Turm runter nach A2. Und jetzt Springer E1. Sehr unangenehm so zu spielen. Aber das war der einzige Weg für Weiß, das Gleichgewicht zu halten. Mit dem Springer hier runter und G2 decken. Übrigens Springer E3 geht nicht hier wegen Turm schlicht F3. Ne Springer E1. Damit die Dame den F3 noch deckt. Jetzt Turm FB2. Und hier könnte Weiß das Remier halten mit Dame C8. König A7. E5. Na. Springer A5. Und hier Dame C4. Turm E2. Und hier das überraschende B6. Turm A B2. Und jetzt schlagen gleich auf E2 Schach. G6. Und schlagen auf E2. Turm E2. Springer D3. Deckt das Feld hier. Der Turm kommt nicht rechtzeitig, um den B-Bauern aufzuhalten. Turm E1 geht ja nicht. Turm C2 oder Turm A2 kommt immer B7. Springer F4 ist aber hier noch eine Rettung. B7. Springer D3. B8 Dame. Springer E5 mit einer sehr, sehr interessanten Konstellation. Turm Springer und zwei Bauern gegen Dame. Objektiv ist das ausgeglichen. Aber ich denke praktisch hätte Schwarz hier noch ein paar Gewinnchancen. Droht auch Springer F3 hier. Naja. Wäre eine spannende Geschichte gewesen. Aber in dieser Stellung nach Turm FB2 spielte Pick etwas ganz anderes. Dame C4 deckt den Bauern einfach. Statt da Schach zu geben. Und jetzt gewinnt Schwarz. D5. Dame C8. König A7. E5. Springer H5. Sehr unangenehm. Hier droht allerleine. Springer F4 eventuell. Dame C1 zurück. Um da Springer F4 zu vermeiden. Auch um die Grundreihe zu decken. Aber jetzt fällt dieser Bauer. Ganz wichtiger Bauer fällt. Und es ist vorbei. König A3. Turm Bb2. Dame E3. Turm E2. Dame Cb3 hier. Ruhig. Springer F4 Schach. König G4. Springer G6. Na gut. Es gewinnt auch Springer schlicht G2. Aber Springer G6. F4. Und das lässt einen schönen Schlusszug zu. Und zwar Turm schlicht G2 Schach. Und hier gab Pickett auf. Die Pointe ist Schlagen Schlagen. König H3 ist matt. Und König F3 kommt. Springer 4 Schach. König E3. Turm G3. Und dann fällt die Dame plötzlich hier. Das hat Vichy mit Sicherheit super fix gesehen. Und hat damit die Partie gewonnen. Tja. Eigentlich ist in der Partie nicht so wahnsinnig viel passiert. War super lange ausgeglichen. Viele Figuren getauscht. Und dann nach der Transformation. Die zwei Türme gegen die Dame. Plötzlich saustark. Und haben sehr viel Aktivität versprüht. Gegen die weiße Dame. Und Pickett hat sie aber gut verteidigt. War irgendwann mit wenig Zeit ganz schwierig. Solche Stellung zu verteidigen. Auch für starke Großmeister. Hinterlasst gerne euren Kommentar. Wer hat von euch mal damals Schacht der Großmeister gesehen. Mitten in der Nacht eigentlich. Immer sehr spät. Auf dem WDR. Auf dem WDR. Im Westdeutschen Rundfunk. Drittes Programm. Ich mache natürlich weiter bei dieser Serie. Werde alle Partien irgendwann analysiert haben. Das war jetzt 1995. Macht's gut. Bis bald. Bis bald.